Zusätzliche Prämie – Bundesregierung startet Rückkehraktion für abgelehnte Asylbewerber Ausreisepflichtige Personen, die bis Ende Februar in ihre Heimat zurückkehren, können zusätzlich zu den bisherigen Leistungen Unterstützung für Miete-, Bau- und Renovierungsarbeiten oder die Grundausstattung für Küche oder Bad im Wert von bis zu 3.000 Euro, Familien, bzw. 1.000 Euro, Einzelpersonen, bekommen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der MZE mit Gravis reappelliert in der Zeitung an die Ausreisepflichtigen, von dem Angebot Gebrauch zu machen, es gibt Perspektiven in ihrem Heimatland. Wir unterstützen sie mit konkreten Hilfen bei ihrer Reintegration. Wenn sie sich bis Ende Februar für eine freiwillige Rückkehr entscheiden, können sie neben einer Starthilfe erstmals eine Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in ihrem Herkunftsland erhalten. Heftige Kritik am Kurs der Kanzlerin, CDU-Urgesteine knöpfen sich Merkel im ZDF vor.